Nein, sie ist nicht 15. Doch, sie ist 15. Sie lügt, sie ist nicht 15. Sie ist 15. Sie lügt, eindeutig, das war's jetzt. Sie lügt. Ey Leute, was geht ab und jetzt willkommen bei einem neuen Video. Ja Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Ich hab mir für heute mal wieder was ganz Spezielles überlegt. Das Ganze kommt irgendwie aus Amerika. Ich hab's letztens auf meiner Startseite gesehen. Und zwar heißt das irgendwie Guess Her Age Challenge. Ja Leute, und zwar gibt's heute von mir die Guess Her Age Challenge. Auf Deutsch heißt das Ganze Ich Errate Euer Alter. Also ich hab das ein bisschen umgestellt. Und zwar bin ich hingegangen, hab gesagt, schickt mir auf Insta und Snapchat, hier mal kurz eingebendet, einfach ein Bild von euch. Ein cooles Bild von euch, was euch sehr gefällt. Und dann darunter euer Alter. Ich hab wirklich bestimmt jetzt gerade so 1500 Bilder zur Auswahl. Es haben mir so viele was geschickt. Deswegen, wenn ihr noch Bock habt auf den zweiten Part, dann folgt mir da auf jeden Fall oder addet mich da. Dann könnt ihr auch dabei sein. Und jetzt mal einen ganz, ganz großen Applaus für meinen Mitbewohner. Dritt Juri! Was geht, Leute? Brr. Kannst du einmal nett sein zu mir im Video, Alter? Nein, war nur Spaß. Komm, wir machen das ganz normal. Dritt Juri! Was ist das hier? Nee, ist das falsch. Okay, ist ja ganz logisch. Ich brauche ja jemanden, der jetzt die ganzen Snaps oder Insta-Bilder öffnet oder die ganzen Insta-Direct-Messengers. Dafür habe ich hier den Juri dabei. Du kannst jetzt gleich mir die ganzen Bilder zeigen und musst halt immer das Alter verdecken. Und ich bin mega gespannt, weil man kann ja heutzutage bei der Jugend nicht mehr sagen, vor allem nicht bei den Mädchen, sind die jetzt 13 oder sind die schon 17? Du weißt, was ich meine? Ich würde sagen, bei 15.000 Likes, das setzen wir heute mal ein bisschen höher an, gibt's den nächsten Part. Checkt auch auf jeden Fall Juris Channel ab, ist in der Videobeschreibung verlinkt, aber natürlich erst nach dem Video. Und jetzt vertraue ich dir hier mal mein Handy in die Hand. Okay, Leute, er hat das erste Bild gefunden. Ich gucke erstmal weg. Das wird jetzt hier natürlich auch für euch eingebendet und den könnt ihr mal in den Kommentaren mitraten. Da bin ich mal gespannt. Zeig mal her. Das ist schwierig, ne? Boah. Das ist so eine, die sieht, finde ich, noch jünger aus, aber ist wahrscheinlich schon älter. So, weißt du? Nehmen wir das jetzt bitte nicht böse, wenn ich falsch liege, aber ich würde jetzt sagen 14, maximal 15. Okay. Wie alt ist sie? 16. 16. 16 Jahre. Ja, war schon gut. War schon gut. Schöne Grüße an Julia. Hast du schon ein nächstes Bild? Hm. Okay, zeig. Hä? Alter, ich finde es echt immer so krass, wie junge Zuschauer, also, dass ich auch so krass junge Zuschauer habe, das ist hier heutzutage schon normal, dass man in der zweiten Klasse YouTube guckt. Letztens hatte ich mal einen Zuschauertreffen und der jüngste war vier. Der war einfach vier. Ich würde sie jetzt auf maximal, maximal acht schätzen. Ich sage acht. Ich sage acht. Ehrlich? Ja, ja. Wie alt ist sie? 12. 12. Ich sage doch elf. Also, sie hat zwei geschickt, auf dem oberen ist sie 15, aber hier ist sie 12. Ach, das war ihr altes Bild. Der ist jetzt geschrieben, auf dem unteren ist sie 12. Und auf dem oberen zeigt man das obere. Alter, ist schon ein Unterschied, ne? Leute, guckt euch mal das Bild an, was ich jetzt eingewendet habe. Dort ist sie 15 und auf dem anderen war sie 12. Ich meine, bei dem siehst du auch aus, die 15. Ist ja jetzt egal. Ich habe nicht mit 12 auf 8 geschätzt, aber jetzt siehst du wirklich aus, die 15. Okay, Leute, drittes Bild kommt jetzt. 3, 2, 1. Boah, das ist so schwer, ne? Das ist einfach so schwer. Vor allem, da kommen auch immer noch diese Filter hinzu. Ohne Spaß, die könnten auch 13 sein, die könnten auch schon 17 sein. Die können safe schon 19 sein. Digga, 19? Ja, diese Filter machen die halt auch ein bisschen weniger. Boah. Ich sage mal jetzt 16. Ich sage 16. 12, Digga. 12? Digga, was? Die ist einfach 12? Die sieht doch viel älter aus, oder? Ja, viel ohne Spaß jetzt. Leute, gebt euch das mal. Oder ehrlich, was hättet ihr jetzt gesagt? Schreibt es in die Kommentare. Das finde ich so heftig. Sie ist einfach 12, aber sieht aus wie 16. Ich heftig. Okay. Haben wir eigentlich schon einen Jungen drin gehabt? Nein, ne? Soll ich mal einen Jungen suchen? Nimm mal jetzt das erstmal. Ist wieder mit Filter. Okay. 3, 2, 1. Das ist so schwer, ne? 13. Oh, er ist gut, er ist gut, er ist gut. Noch einmal. 14? 11. 11? 11. 11. 11. Okay, aber 13 ist ja gar nicht so weit entfernt. Ey, das macht einfach der Filter, glaube ich. Okay, das nächste. Jetzt mal einen Jungen. Jetzt mal einen Jungen. Nummer 5. Hallo? Ja, hi. Was ist das für eine Katze? Ey, die Katze ist das Geilste auf dich. Die Katze. Ey, die Katze sieht einfach aus wie ein Löwe. Keine Ahnung. 15. 15? Ja. Ist richtig gut. 14. 14? Er ist 14, er ist 14. Ja, okay, aber war jetzt nicht nah dran. Er hätte auch schon 16 sein können oder so. 14, ja. Ich dachte, du sagst so 17 oder so. Nein. Ey, das macht so Spaß, euer Alter zu erraten, ne? Ehrlich, so, wir kommen zur Person Nummer 5, 6, keine Ahnung, zeig her. Ey, das ist so heftig, ne? Das ist heftig? Das ist echt heftig. Okay, zeig. Weil ich muss nochmal das Alter angucken. Boah. Entweder könnte wieder komplett jung sein oder komplett alt. Ohne Spaß. Ehrlich, sie könnte auch 20 sein. Jetzt ungelogen. Vielleicht liegt es an dem Hundefilter, ich weiß es nicht. Ich würde jetzt sagen, 19? 19? Ja. Nochmal, nochmal. 19, nochmal richtig. 18, ja komm, 18. Sie ist 16, Alter. 16. So genau in die Mitte. Aber ohne Scheiß bei ihr könnte man sagen, safe so entweder ganz jung oder ganz alt. Das ist auf jeden Fall. Heftig, ohne Spaß. Und jetzt ohne Scheiß. Ohne Scheiß, jetzt kommt das Heftigste von allen. Ich war komplett verschickt jetzt. Was hast du verschickt? Kommt, ja. Was ist das denn für ein Deutsch? Hörst du weg, so. Ah, okay. Ey. Ja, zeig, zeig. Unglück. 3, 2, 1. Also ich muss sagen, eigentlich alle, die jetzt drin waren, waren hübsch. Und sie ist auch echt hübsch. Ist das real überhaupt das Foto? Ich weiß nicht. Also ihr Insta-Profil ist genauso. Also sie hat voll viele Fotos. Boah, ist schwer. Ich würde sogar schon so sagen, so 21. Aber 21 ist für meine Zielgruppe schon. Also es gibt schon welche, die bei 20 sind, aber vielleicht 2%. Aber jetzt denkt man nach, wenn ich sage, es ist absolut heftig. Es ist absolut heftig. Ja, dann ist sie wahrscheinlich wieder jetzt so 13 oder so. Ich sag... Komm, ich sag siebzehn. Sie ist einfach 15. 15? Hä? Also 15. Ey, das macht für mich keinen Sinn. Da muss irgendwie Ausweis falsch oder sonst was. Ich verstehe es nicht. Das ist doch älter als 15. Sie sieht aus wie eine Erwachsene. Stell dir vor, du bist in irgendeinem Club und sie ist halt einfach reingekommen. Weil sie aussieht wie 18 mindestens. Und dann ist sie einfach 15. So, hä? Sie hat auch noch geschrieben, ich weiß, viele schätzen mich älter ein. Ja, ist ein bisschen so. Nicht unbedingt. Achso, Leute, was ich an dieser Stelle mal kurz sagen kann. Ich bin übrigens Freitag und Samstag in Dornbirn in Österreich. Kleines Meet and Greet oder was heißt kleines, keine Ahnung. Wenn ihr in der Nähe wohnt, dann kommt auf die Videocon. Könnt mich treffen. Ich glaube, da gibt es noch Karten. Ich habe keine Ahnung. Kommt jetzt das Letzte? Ich habe jetzt nochmal ein richtig heftiges rausgesucht. Du kannst es wieder nicht einschätzen. Okay, okay, okay. Hübsches Bild erstmal, warte, zeig mal. Ey, das ist... Weil der, wenn die jetzt unter 17 ist, dann komme ich nicht klar. Ohne Spaß. Ich weiß das jetzt schon, aber... Ich hätte safe gesagt so 21. Echt? Safe so. Ja, ich würde sagen, maximal... Ich würde sagen, mindestens 17, maximal 18. Allein für die Qualität von den Bildschirm dachte ich so... Ja, ja, ja. Mindestens 17, höchstens 18. Digga, es ist 15. 15. Nee, das ist mir zu viel. Hier, das ist mir eindeutig zu viel. Ist jetzt vorbei hier mit dem Format. Dann habe ich keine Lust mehr drauf. Ich komme gar nicht drauf. Ey, 15? Nein, sie ist nicht 15. Doch, sie ist 15. Sie lügt. Sie ist nicht 15. Sie ist 15. Sie lügt eindeutig. Das war es jetzt. Sie lügt. Na ja, Leute. So viel erstmal dazu. Ich hoffe, es hat euch gewallen. Wie schon gesagt, bei 15.000 Likes machen wir das nochmal. Und checkt auf jeden Fall meine Social Medias ab. Und schickt mir da weitere Bilder zu. Wenn ihr auch mit am Start sein wollt, abonniert Juhi's Channel. Ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, wir sehen uns dann morgen um 14 Uhr wieder. Morgen kommt auch noch was Krasses. Da ist mir was Krasses passiert. Beziehungsweise sowas habe ich bis jetzt noch nicht erlebt. Checkt's ab. Und wir sehen uns. Haut rein. Ciao. Kauft meine Klamotten. Ciao.